UNTERTITELUNG Die Bombe findet bei Oldman genauso wie den, der die Leiche findet. Joel passt in das Profil des Bombenlegers. Ein frustrierter weißer Mann, der ein Möchtegern-Polizist ist und danach strebt, den Helden zu spielen. Wir bringen die Story. Sie sind ein Verdächtiger. Nicht Sie reden. Ich rede. Sagen Sie's. Ich rede nicht. Nur so beweisen Sie vielleicht Ihre Unschuld. Sagen Sie, da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Hören Sie auf, deren bester Freund anzuwollen. Ich wurde dazu erzogen, die Behörden zu respektieren. Die Ermittler wollen Sie als Täter präsentieren. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Tut mir leid, was? Seine Ankläger sind zwei der einflussreichsten Mächte der Welt. Die Regierung der Vereinigten Staaten und die Medien. Ich will Ihnen helfen. Ich bin ja auch Gesetzeshüter. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Hat er es getan? Richard Jewell ist ein unschuldiger Mann, ein Held. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Noch mal, nur ein wenig lauter. Ich bring nur die Fakten. Sie haben das Leben dieses Mannes zerstört. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Ein paar Mal hintereinander. Mein Sohn hat Menschenleben gerettet. Da ist eine Bombe im Centennial Park. Sie haben 30 Minuten. Ich weiß nicht, wie ich dich beschützen soll. Ihr Mann war das so verflucht schuldig. Die wollen Sie fertig machen. Sind Sie bereit, sich zu wehren? Ich weiß nicht, wie ich noch es um. Du wirst dich tatsächlich nehmen. Du bist eine Bombe im Centennial Park. Du bist eine Bombe im Centennial-Langen-Kanal erinnern. Ich bin auch ein Import-Langen-Langen-Kanal. Vielen Dank.